Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 13 Sekunden. Heute soll echt viel Seltenes in den Shop reinkommen. Ich bin gespannt, was so alles reinkommen wird und haut gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. 3, 2, 1, bitte gebt mir einen heftigen, heftigen Shop. Okay, das Paket bleibt weiterhin im Shop. Was haben wir hier oben? Okay, ein neues Paket. Ich habe jetzt den Preis leider hier nicht sichtbar. Sehr schade, aber was haben wir denn hier? Irgendwas, hä, warte mal. Ah, okay, es sind zwei Tabs zurück. Oh mein Gott, es sind, glaube ich, echt einige seltene Dinge hier am Start. Also mindestens, es muss mindestens ja was Seltenes da sein. Aber schauen, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben Sachen drin, glaube ich, mit 800 oder 900 Tagen drin. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ich kann nicht jetzt gerade nachschauen nebenbei für euch, was selten ist und was nicht selten ist, weil dann fangen wir gleich bei dem seltenen Ding an. Nee, kann ich aktuell nicht, aber dann schauen wir uns kurz mal den oberen Bereich an. Also hier, Sirene ist wieder zurück. Hat zwei Stile, finde ich unspektakulär. War schon echt oft im Shop da gewesen. Passendes Backbling ist okay, aber benutze ich jetzt auch nicht. Männliche Variante auch ganz in Ordnung. Schwarz und dann so mit dem Silberton. Ganz nice. Passendes Backbling hier in Schwarz und in Silber. Was haben wir sonst noch so hier? Spitzsacken. Ultra langweilig. Nichts Besonderes. Die sind ganz okay. Für 500. Kann man nicht meckern. Axo ist wieder zurück. Hat insgesamt vier Stile. Der ist schon interessant, der Skin. Der ist schon cool. Was hat denn der noch für Stile? Ah, okay. Hinterteil ab. Und noch irgendwas soll da anscheinend sein. Ja, genau. Der hier. Ganz cool. Passendes Backbling. Hat auch vier Stile. Ich schaue nebenbei nach, ob ich wieder euch das jetzt hier erzählen kann. Was selten ist und was nicht selten ist. Okay, ich kann es euch erzählen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Epic Games braucht echt heftig Geld, ne? Es sind übelst viele Sachen am Start, die knappe 1000 Tage alt sind. Okay. Machen wir hier kurz weiter. Nicer Skin. Coole Spitzhacke. Hat zwei Stile. Aber alles, alles uninteressant. Heftige Spitzhacke. Cooler Sound. Aber wir scrollen ganz kurz hier runter. Das müssen wir uns kurz geben. Also dieser Skin ist 831 Tage alt. Also es tut mir echt leid an die, die irgendwas davon besessen haben. 831 Tage alt. Krank. Dann kommen wir hier zu der männlichen Variante. Die ist 807 Tage alt. Also ich glaube Epic Games, ja, die brauchen ein bisschen Geld, ne? Was haben wir hier? Der Gleiter ist 839 Tage alt. Also das ist krass. Chilliger Gleiter, aber ich glaube die Animation ist ein bisschen broke hier. Was haben wir hier? Fast eine Spitzhacke ist. Jetzt passt auf. 900. Oh mein Gott. Nein, wir haben was über 1000 Tage drin. Nein, ich habe das gar nicht gesehen. 1079 Tage alt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Spitzhacke, 910 Tage alt. Dann haben wir den Kollegen. Wie alt ist der? 931 Tage alt. Alter, der Shop heute ist absolut gestört. Ich glaube so einen kranken Shop gab es noch nie. Was haben wir hier? Passende Spitzhacke ist somit das seltenste heute vom Shop. 1079 Tage alt. Also wer die hatte, der tut mir echt leid. 1079 Tage. GG. Epic Games. Inferno, 966 Tage alt. Ist ganz okay der Gleiter, muss ich sagen. Dann haben wir hier diesen Skin schon besprochen. Schauen wir uns mal einen weiteren Bereich an, denn es geht komplett selten weiter. Also bleibt auf jeden Fall dran. 822 Tage alt. Ultrakrass. Ultrakrasser Skin. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir hier? Männliche Variante. Ja, geht so. Backfling ist ganz lustig, muss ich sagen. Ist so animiert. Das ist 769 Tage alt. Jetzt passt auf. Der Gleiter ist 936 Tage alt. Alter, was macht Epic Games heute hier? Was machen die? Dann haben wir hier die passende Spitzhacke. Ultranice. Krakenhacke. Wie viel alt? 833 Tage alt. Aber es geht noch übelst krass weiter. Der Skin. Der ist 960 Tage alt. 960 Tage krank. Also weiter geht's. Der Skin ist 694 Tage alt. Das geht knappe 700 Tage alt. Und zu guter Letzt haben wir hier den Gleiter Hyper. Der ist schnappe 880 Tage alt. Knappe 900 Tage alt. Also ich muss sagen, das ist einer der krassesten Shops, die es jemals in Fortnite gab. Schauen wir uns kurz den täglichen Bereich an. Spare Ranger. Nichts Besonderes. Die ist nicht selten. Wir haben ansonsten nichts weiter Seltenes im Shop. Ne. Dann können wir mal ganz schnell überall das uns anschauen. Ist eh ein uninteressant. Phoenix. Ganz okay der Skin. Was haben wir hier? Sternshacke. Die ist cool. Sehr nice. Ansonsten haben wir hier Billy Bounce. Dann gibt es hier Goldgräber. Cool. Was haben wir hier? Pizza Party. Chilliges Emote. Dann gibt es hier einmal nichts mehr. Schauen wir uns mal den letzten Bereich an. Ein Bundle, wo jetzt ja alles drin ist. Ist ganz okay. Aber muss man auch nicht unbedingt haben. Ja, fühle ich jetzt eher nicht so. Spitzack ist ganz cool, muss ich sagen. Die ist nice. Gleiter ist cool. Und Kondensstreifen sind auch nicht schlecht. Und dann beende ich hiermit das heftige, seltene Shop Video. Bis zum nächsten Mal.